Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal den Unterschied zwischen dem Google Suchnetzwerk und dem Google Werbenetzwerk, auch Displaynetzwerk genannt, erläutern. Zum einen haben Sie das Suchnetzwerk, dort können Sie immer dann Werbung schalten, wenn Kunden eine bestimmte Suchanfrage eingegeben haben und dann eine Suchergebnisseite erscheint. Auf dieser Suchergebnisseite sind die vordersten Plätze reserviert für Anzeigen, die Sie in Google AdWords gestalten und dort einbringen können. Eine weitere Möglichkeit zu werben besteht im sogenannten Google Display Netzwerk, im Werbenetzwerk von Google. Das sind Partnerseiten von Google, das heißt, Google hat ein sehr großes Netzwerk an Internetseiten im Netz, über das Sie dann Werbung schalten können. Laut Google erreicht man darüber 90% aller Internetnutzer, beziehungsweise Google hat ein so großes Netzwerk, dass Sie 90% aller Internetnutzer erreichen. Wichtig ist jetzt, dass Sie auch hier kontextuell werben können. Das bedeutet, Google schaut sich zum einen eine Keyword-Liste in Google AdWords von Ihnen an und gleicht die ab mit den Partnerseiten. Und nur dann, wenn das Thema der Partnerseite zu Ihrer Keyword-Liste passt, nur dann wird eine Anzeige von Ihrem Unternehmen oder zu dem Thema, für das Sie werben, auch geschaltet. Beispielsweise sucht jemand nach einem Hochzeitskleid und gibt in die Suchmaske Hochzeitskleid kaufen ein und gelangt dann darüber auf eine Internetseite, die sich mit dem Thema Hochzeit beschäftigt. Dann kann eben dort Ihre Anzeige geschaltet werden. Bedeutet, Sie kommen dann über die Suchanfrage zu einer Website und dort wird Ihre Anzeige noch einmal geschaltet. Das ist der große Vorteil, den Google AdWords hier auch bietet. Das Thema ist aber dann auch wieder komplex, denn Sie müssen sich auch da einfinden und eben auch hier gucken, wie Sie Ihre Themen besetzen und über welche Websites Sie dann auch Anzeigen generieren wollen. Wichtig ist, Sie können dann noch zusätzliche Themen hinzufügen, wenn Ihnen also das, was Google Ihnen auf Basis der Analyse Ihrer Keyword-Listen anbietet, nicht ausreicht, können Sie auch hier noch weitere Themen definieren, damit Sie Ihre Suche oder Ihre Anzeigenschaltung vielmehr im Display-Netzwerk noch ausweiten können. Oder aber auch spezifizieren, dass Sie eben auf ein Thema ganz spezifisch buchen und das nur im Google-Display-Netzwerk. Anzeigenschaltung